Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem weiteren Test Drive Unlimited Solar Crown Video, denn es gab einen entsprechend neuen Trailer und zwar The Collector. Also die Reihe der verschiedenen Themen wird damit weiter abgehakt, nachdem wir schon einen Racer hatten und einen Explorer und einen Cruiser, haben wir jetzt eben auch den Collector. Und das Video oder der Trailer, ja der ist nicht schlecht, den fand ich eigentlich sogar ziemlich gut und dennoch bin ich nicht so vollends überzeugt, aber im Großen und Ganzen fand ich das, was gezeigt wurde, ziemlich gut. Das ist zumindest meine Meinung. Was wurde gezeigt? Ihr könnt es im Hintergrund sehen, falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den auch mal ganz angucken. Der ist eigentlich wie gesagt ganz stimmig und er fühlt sich aber so ein bisschen auch an, nicht nur wie, also dass man aufzeigt, wie ist das so als Sammler, wie sammelt man Autos, wie fühlt sich das an, mal wieder ein besonderes Auto zu haben, sondern ganz zufällig ist das auch so eine Art Werbevideo für Ferrari. Wobei man natürlich sagen muss, es geht vor allen Dingen darum zu zeigen, wie gut ist die Kooperation offenbar zwischen dem Entwickler oder Publisher und Ferrari. Denn man hat am Ende des Trailers auch zu Gesicht bekommen, dass offensichtlich ganze zehn unterschiedliche Ferraris mit dabei sind. Und zwar auch aus verschiedenen Epochen. Da dürfte für jeden was geboten sein, der mit Ferrari irgendwas anfangen kann. Und das finde ich an sich sehr lobenswert, dass man sieht, diese Marke wird auf jeden Fall ernst genommen. Und da gibt es eine ordentliche Auswahl. Da könnt ihr einen Oldtimer wählen, da könnt ihr einen Youngtimer wählen. Ihr habt die Chance auch einen Hypercar von Ferrari zu fahren. Also da gibt es wirklich, wie gesagt, sehr viel Abwechslung. Der Trailer selber ist eben absolut nicht actionreich, sondern so ein bisschen auch wie der Cruiser Trailer auch schon war. Sodass man einfach mal durch die Gegend fährt, ein bisschen erkundet und einfach Spaß hat, auch ein Fahrzeug auszuwählen und dann voller Freude das Auto quasi präsentiert. Das ist das, was dieser Trailer so ein bisschen ausdrücken soll. Und das ist das, was das Spiel ja auch ausdrücken möchte. Und mit dem Trailer stellt man das nochmal klar, dass es hier nicht darum geht, wie bei anderen Spielen, in sehr kurzer oder kürzester Zeit immer wieder neue Autos zu bekommen. Die Radfahrts hochzuleveln, damit drei, vier Rennen zu fahren und spätestens dann hat man wieder ein Auto. Entweder geschenkt bekommen oder genug Geld, um sich einfach noch eins zu kaufen. Und fährt einfach alle zwei, drei Rennen immer wieder mit anderen Autos und hat keine Identifikation mit den Autos, die man vielleicht in der Garage hat. Und das möchte Test Drive Unlimited Solar Crown eben anders machen. Und das zeigt auch dieser Trailer, dass man sich gewissermaßen ein bisschen mehr verbunden fühlen soll mit den Autos in dieser Spielwelt. Und das persönlich, diese Idee, finde ich nicht schlecht, wie das am Ende umgesetzt wird, wird sich dann noch zeigen, wenn es darum geht, wie teuer werden die Autos. Also wenn dieses Gefühl von, ja, das ist mein Auto, das habe ich mir erarbeitet, ausschließlich daraus resultiert, dass man dafür 100 Stunden investieren muss, um sich mal wieder ein Auto zu kaufen. Dann ist das natürlich enttäuschend, aber ich glaube, da werden viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Denn eventuell auch dieser ganze soziale Aspekt, aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit, wie man mit den Autos eben, wie man die kauft überhaupt in den Händlern. Das sieht man auch in dem Trailer ja kurz. Und wie man dann mit den Autos umgehen kann. Also auch wirklich das entspannte Fahren mit Blinker, Radiostationen, die man wirklich hat, Fensterscheiben hoch und runter machen. Oder auch wie im Trailer zu sehen, auch mal so ein Verdeck runter machen und dass man auf einmal so ein Cabrio hat, wenn möglich, ja. Das sind alles Funktionen, die man im Spiel hat, anders als bei anderen Spielen oftmals. Dieser Trailer versucht das nochmal klarzustellen, dass es hier nicht in dem Spiel immer nur darum geht, schnell von A nach B zu kommen, schnell die Rennen abzuhaken. Und sich an jedem Spielabend, an dem man mal ein, zwei Stunden zockt, immer ein bis zwei Autos kaufen kann. Sondern man wird vermutlich mehrere, einige Abende investieren müssen, um mal wieder Geld zu haben, um sich ein neues Auto zu kaufen. Wo man sich dann auch gut überlegt, welches Auto will ich haben und auf welches Auto habe ich wirklich Bock. Und das finde ich an sich von der Idee her eigentlich ziemlich cool. Der Trailer hat das nicht ganz perfekt rübergebracht, finde ich. Aber eigentlich war es schon stimmungsvoll, die Hintergrundmusik, die war irgendwie passend. Die hat sowas Exklusives irgendwie auch ausgestrahlt, passend zu Ferrari, also sowas Besonderes. Irgendwie hat das schon funktioniert. Am Ende muss man aber sagen, dieser Trailer hilft irgendwie nicht wirklich weiter. Weil für jemanden wie mich, der wirklich Bock auf das Spiel hat, der vielleicht auch seine Zweifel hat, aber der einfach neugierig ist, das endlich mal zu spielen. Der sich trotz allem auf die Vollversion freut. Und auch wenn vielleicht am Ende nicht alles optimal funktionieren wird, wird er vielleicht mit dem Spiel, so hoffe ich einfach, ordentlich viel Spaß haben. Da wird es viele von euch geben, die vielleicht auch Fans von Test Drive Unlimited sind und sagen, ich habe da einfach Bock drauf. Einfach mal wieder ein anderes, neues Rennspiel mit einem unverbrauchten Setting. Und ich habe Bock, die Autos zu sammeln und mit den Autos zu cruisen und so. Das wird Spaß machen. Musik hören im Hintergrund. Das wird schon eine coole Sache. Aber es gibt halt auch Spieler, die unglaublich skeptisch sind oder sogar eher abgeneigt sind. Und diese Spieler, die fängst du mit so einem Trailer halt auch nicht ein. Das ist so der Knackpunkt an der Sache. Ja, die Spieler, die so wie ich eh Bock auf das Spiel haben, die brauchen eigentlich so einen Trailer nicht, weil die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Und alle anderen sind jetzt genauso skeptisch wie vorher, wenn ich sogar noch skeptischer. Und das ist das, was ich für schwierig halte, so marketingtechnisch. Ich finde, so ein Trailer hilft dem Ganzen dann irgendwie nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Nacon und KT Racing sich dessen bewusst sind und sagen, wir wollen neue Leute kommen, auch ansprechen, weil die kriegen wir eh nicht eingefangen. Ja, die fahren alle ihr Need for Speed, ihr Forza Horizon und ihr The Crew. Und da bleibt für uns vielleicht nur noch so eine erlesene Auswahl von Spielern, die einfach mal was anderes wollen und die auch den einen oder anderen Fehler verzeihen. Ja, und wie groß diese Spielerschaft dann ausfällt, das werden wir dann in ein paar Wochen schon herausfinden, glaube ich. Aber ihr merkt schon, ich bin natürlich weiterhin nicht abgeneigt und mir hat der Trailer insgesamt gefallen und ich habe auch weiterhin richtig Bock auf das Spiel und bin sehr gespannt, wie die Vollversion dann am Ende ausfällt. Aber, absolut am Ende, wir sind am Ende des Videos, das bedeutet, ihr schreibt mir bitte gerne mal eure Meinung. Und zwar gar nicht mal nur noch darauf bezogen, dass ihr vielleicht schon die PC-Version zocken konntet und eventuell unzufrieden seid wegen der Performance und so weiter. Sondern ich will auch wirklich vor allen Dingen gerne ein paar neue Eindrücke. Bedeutet, wenn ihr jetzt auch den Trailer gesehen habt, wie sehr hat euch das gefallen, was ihr sehen konntet, wie neugierig seid ihr jetzt vielleicht wirklich das Spiel selber zu spielen. Wie cool findet ihr das, dass es hier safe 10 verschiedene Fragen geben wird, also schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich sehr, bis bald.